hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge real farming ls 19 meets reality auf der grünfeld land ich probiere hier rückwärts im drehschemel werde schon längst fertig doch nicht ich weiß weshalb das so schwer ist die knicklenkung ist an ruhen brauchen wir so gleich dann noch die letzten fahrzeuge vom händler abholen namens tiefen lockerer ladewagen gut gut so ich bin voll machst du noch voll dann fahren wir los so ein bildchen für instagram wie immer so da haben wir drin was waren das 40 52.000 kriegen auch fast 60 aus ja stell dich mal daneben ja ja so passt gut dann ab die luci teil das geld und beides haben wir nicht so schaut es aus so 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 du ja was machen wir mit dem stroh ja gibt 17 euro auf 1000 liter ja nichts ist nichts ich würde sagen wir bringen auf jeden fall eine ladung ballen runter an sägewerk können wir nämlich als feuer brennholz benutzen ja dann würde ich das frisch alles bringt das ja mehr als für 17 euro zu verkaufen ja vielleicht eine ladung auf jeden fall runter und wenn dann noch was übrig ist dann guck mal also ist auf jeden fall noch was übrig dann machen wir das irgendwie dann lagern wir das irgendwie am hof in die halle ein gut machen wir fahren jetzt gerade in den mon weg ok da kriegt man auch knapp 60.000 der 52 bisschen was 1000 liter sind rausgekommen was dann werde morgen zirka die metzgeräte ja oh wollen wir auch gucken müssen wir müssen haben noch 600.000 kredit offen 600.000 wer ist jetzt eigentlich gemeinde rattings bums der drissler der neumann und bestimmte diesel 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 auch glaube ich in müller hat keine gewählt oder fast ich bin beim lidl mal gucken ob der andere auch schon da ist ne noch nicht ich warte mal auf den dass wir dann den bestpreis kriegen soja 600.000 sinkend wie viel musst du was sind die kreditraten bei dir das mache ich immer so ein bisschen ist nicht fest aber du musst dir ein bisschen etwas wie meinste ein bisschen etwas zahlen ja das letzte mal habe ich 25.000 bezahlt ich gucke immer wie es passt was übrig ist dann schicke ich da was also ja hopps gegangen hat nicht so ganz geklappt ne ne nicht wirklich geht das geld alles auf mein konto muss halt überweisen 24 6 24 6 ich habe auch vergessen zu schauen mal gucken ein name dante 35 35 1 dann sind wir bei 59 700 das hat sich gelohnt okay würde ich auch mal sagen ja wir haben noch über 100.000 gäste im silo boah von einer ernte also von beiden feldern zusammen das war richtig richtig lukrativ äh gut ich danke dir recht schön ne ja wenn du dir nochmal was brauchst gib bescheid gerne doch wo du bist denn mal tschüss tschüss mach ich tschüss hab ich gesagt so 59.700 von dem bisschen in anführungsstrichen von dem einen feld der mond von dem einen feld ja und unkraut war drauf ich glaube ich lohnt sich ja find ja auch ich kriege mal nächste woche für die gäste in superpreis dann dann läuft dann bringe ich jetzt mal das gespann nach haus so 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 was natürlich jetzt zu überlegen ist ist was pflanzt man jetzt dann auf den drei feldern an könnten so 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 eigentlich sollte ich gleich ansehen oder? so 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 so